Hi guys, ich will euch nur ganz schnell mein Zuschnapp-Mechanismus zeigen. Es verschwindet alles unten in dem Boden. So you will not be able to see it later on. Also man wird es nicht sehen kann. Deshalb die hässlichste Mechanismus der Welt. But, it's working bloody good. So, I push in the drawer. Schnapp zu. Schau hier drauf. Wie bei einem CD-Laufwerk vom Laptop. Schnapp. Schack. Ja, das muss ich noch befestigen. Das wird nicht mehr rauskommen natürlich, ist doch klar. Die wird auch bedeckt durch eine Taste hier, die in Verkleidung verschwindet. Also. Kleck. 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 So. Works. Jetzt kann ich die Verkleidung hier drauf tun. Jetzt geht hier Schnitt und dann weiter. Und dann merkt man gar nicht, dass da ein Säte-Laufwerk drin ist. Auch das wird hier abgesägt und versteckt. Alright then. I'll post this later on. Bye bye. I have to go out now. Vielen Dank.